Ich ruf dich an. Nein, nein, nein. Ihre Nummer, sie hat sie eingetippt und jetzt ist sie weg. Wie heißt denn die Angebetete? Ähm, äh, äh... Sie kennen den Namen nicht, aber Sie sind sich sicher, dass es die Liebe Ihres Lebens ist. Ja, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Jedes Jahr an meinem Geburtstag treffen mein Papa und ich in so einem Hotel Sacha und essen um 0.15 Uhr eine Sacha-Torte. Das ist es! Ich warte jeden Tag um Sacha, bis sie zu ihrem Geburtstag dort auftaucht. Es geht um Tod oder Liebe. Was sie schon wieder? Du gehst wirklich jeden Tag in Sacha? Ja, dann sollten Sie ja mal den Apfelström probieren. Ist sie das? Ich bin nicht die Angebetete. Hier hast du also die letzten 100 Tage verbracht? Über 100 Tage. Was war denn so besonders an ihr? Es war einfach ein Gefühl. Langsam bekomme ich echt Schiss vor dem Tag, an dem sie dann wirklich kommt. Ob sie überhaupt jemals kommt. Kann. Kämpfen. Die Welt braucht mehr Romantiker, die ihren Träumen folgen. Die Liebe kann man nicht suchen. Die findet einen von ganz allein. Du hast mir gezeigt, dass man seinen Träumen folgen muss. So einfach ist das.